Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever hier bei Heisenberg Zorg. So, das ist also die schnelle Variante eines Zugs. Wir bauen gerade eine Strecke für eine langsamere Variante, nämlich für die Spanisch Brötli-Bahn. Jetzt haben wir gesagt, dass wir hier irgendwie noch einen Fahrradweg haben wollen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Also hier ist es klar, der Fahrradweg wäre dann hier. Ich würde mal sagen, so bis hierhin geht der Fahrradweg dem See entlang. Also, da haben wir die Schiene, hier haben wir den Fahrradweg. Das ist natürlich reiner Schönbau, das ist mir soweit klar. Aber, ja, irgendwie möchte ich das so haben. Das sieht besser aus, wie wenn da einfach die Eisenbahn immer dem See entlang geht. So, wir bräuchten dich aber hier relativ flach. Und da kommt nachher die Eisenbahn. Ja, ich muss mal gucken, ob es hier überhaupt noch geht. Wir müssen ja, oh, das geht nicht. Moment, wir können nicht so eine Kurve machen, weil das ist ja ein Gleis im Prinzip. Da fährt zwar kein Zug drauf, nehme ich an. Aber, ja, wo hatten wir es denn gerade nochmal? Ähm, bei der Schiene. Moment, da. Äh, aber da muss auch kein Zug drauf fahren. Jetzt ist es schon wieder so erhöht. Ich möchte das so haben. So, wo ist denn der Bahnhof? Der Bahnhof ist da hinten. Wir könnten theoretisch schon mit der Eisenbahn, mit der Spanisch-Brötli-Bahn noch irgendwie hier lang. Aber da kommen wir nicht durch. Da tun wir uns keinen Gefallen. Ich würde sagen, ja, wir gehen hier oben lang. Gut, dann haben wir hier den Fahrradweg dem Fluss entlang, beziehungsweise dem See entlang. Das ist definitiv schon ein See und kein Fluss mehr. Und jetzt geht das hier wieder nicht mehr so schön. Aber das geht dafür dann relativ gut. So, hier gerne ein bisschen runter. Ich muss immer ein bisschen darauf achten, dass ich eben die Kurve noch hinkriege. So, Tempo ist komplett egal. Und jetzt hier irgendwie wechseln dann langsam. Also sprich, dass jetzt dann die Schiene hier ist. Und hier ist dann irgendwo ein Bahnübergang. Wir machen das mal nochmal hier ans Hufe ran. Gehen hier hoch. Machen hier die Kurve. Und gehen dann hier rüber. So, das können wir ja eigentlich sogar anlegen. Weil es eben ein Gleis ist. Die Frage ist halt nur, ob wir dann da mit dem Gleis noch durchkommen. Das würde ich dann bezweifeln. Wir machen das mal so. Oder machen es so. Und jetzt gucken wir, was wir mit dem Gleis anstellen. Das haben wir hier. Dass wir hier irgendwie so rüber kommen. Oh, wie wunderbar, wie das angelegt wird. Das gefällt mir extrem gut. Also dann hätten wir diese Kombination hätten wir. Jetzt bräuchte ich wieder den Fahrradweg. Dass wir hier zurück gehen. Wunderbar. Und das Ganze da anlegen. Oh, ja, das ist ja herrlich. Eigentlich wusste ich es ja, dass es gehen muss. Weil wenn es ein Gleis ist, dann muss man es natürlich auch anlegen können. Aber jetzt, wo ich das so sehe, muss ich sagen, gefällt mir gerade extrem gut. Jetzt bis hier hin. Und hier ist Feierabend. Hier ist dann irgendwas. Und das findet dann hier hinten statt. Da müssen wir gucken, was das genau ist. Wir haben einen Platz mit einem Restaurant oder so. Irgend so was in der Richtung. Gut. Ich würde aber sagen, ja, wir machen zuerst die Strecke fertig, bevor wir hier ins Doktern geraten. Ein Gleis, ein Gleis. Und das können wir jetzt hier einfach anhängen. Das heisst, das bauen wir natürlich auch zehnmal schneller wie vorher. So, perfekt. Wir müssen nur gucken, wo wir dann hochdüsen. Ja, jetzt schon bald. Damit wir da noch Richtung Schloss kommen. Das wäre eigentlich schon mein Anliegen. Vielleicht irgendwie so mit einer Kurve. Dann sind wir hier oben. Und dann müssen wir hier ins Gleis rein. Wobei, haha, nee, nee. Moment, halt. Das brechen wir nochmal ab. M. Wir gehen nicht in dieses Gleis rein. Wir blockieren hier dann den ganzen Zugbetrieb von diesen doch schnelleren Zügen. Wir müssen irgendwie in einer anderen Form hier reinkommen. Raus kommen wir hier wieder. Da müssen die Häuser dann irgendwann sowieso weg. Weil wir haben hier noch weitere Gleise. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir in dieses Gleis rein. Möglichst spät. So, dass wir hier tatsächlich niemanden gross behindern. Noch besser wäre, wenn wir gar nicht in dieses Gleis rein müssten. Dazu müssten wir im Prinzip oberhalb des Güterbahnhofs fast schon lang düsen. Das werden wir nicht schaffen, wenn wir hier unten sind. Oder Moment, wenn wir hier lang gehen. Meinetwegen hier kreuzen. Oder eine Unterführung. Eine Kurve. Nee, da kommen wir nicht rein. Also die Häuser hier, die kommen auch weg. Das wird nicht funktionieren. Dass wir hier lang kommen. Kriege ich hier noch ein Gleis lang? Nee, das geht dann doch nicht. Schwierig die Entscheidung. Die Alternative wäre halt hier oben lang. Gefällt mir nicht so wirklich. Das ist so weit ab vom Schuss. Da kämen wir aber irgendwann dann irgendwie... Nee, wir müssen nicht da lang, wir müssen hier lang. Hier rüber. Das könnte man sogar mit einer Kreuzung machen. Wobei, das ist auch Käse. Das sind Güterzüge. Die blockieren wir dann natürlich auch. Wie kommen wir denn jetzt hier rein, ohne dass wir irgendwie überall alles blockieren? Das ist die Frage. Am meisten mit einem Tunnel. Aber Spanisch-Brötli-Bahn und Tunnel unter der Stadt durch? Nein, gefällt mir auch nicht. Ich würde es am besten finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir hier dem Schloss entlang könnten. Wirst du mal gucken, kriege ich hier ein Gleis hin? Das müsste eigentlich machbar sein. Das würde sogar gehen. Okay, die Strasse ist uninteressant. Die können wir kappen zur Not. Hier die Spanisch-Brötli-Bahn lang. Das wäre doch genial. Kommen wir hier auch noch lang? Das würde auch klappen. Also am Schloss kommen wir vorbei. Da sind wir ein bisschen fast im Schloss drin. Das würde dann heißen, die Häuser hier, die müssten Tschüss sagen. Und wie kommen wir jetzt in den Bahnhof? Wo ist denn der Bahnhof? Ach, das dauert noch ein Momentchen. Okay. Also hier lang. Und hier rüber. Das könnte man machen. Das würde uns diese Gebäude kosten. Aber damit können wir leben. Weil die stellen sie sowieso wieder irgendwo hin. Ja, das machen wir gleich. Ohne überlegen. Gekauft. Jetzt hier mitnehmen. Und dann, das ist doch herrlich. Dann haben wir hier tatsächlich dem Schloss entlang die Spanisch-Brötli-Bahn. Perfekt. Jetzt hier eine ordentliche Kurve machen. Weil wir müssen, ja, wir müssen nach da hinten. Da können wir eigentlich das Ganze mal bauen und gucken, wie das Spiel das machen würde. Gar nicht. So dann doch nicht. Wir gucken mal von hier. Ähm. Das müsste eigentlich zu machen sein. Ich mache mal die Kurve. Hat mir zwar vorher fast besser gefallen hier lang. Aber dann kriegen wir die Kurve da nicht hin. Deswegen, wir machen das mal mit der Kurve. Und dann hier unten rein. Und dann klappt das nämlich auch schon. Dann gehen wir hier hoch. Und man darf nicht vergessen, hier sollte Wien eigentlich auch noch bauen später. Das heisst, hier fahren wir auch noch ein bisschen durch die Häuser durch. Und hier fahren wir, oh, ein bisschen durchs Schloss durch. Ah, das ist natürlich Käse. Mh, kommen wir hier. Doch, guck mal. Hier kämen wir eigentlich auch lang. Das muss ich nochmal machen. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht das Schloss kappe. Das wäre dann schade. Das können wir mal lassen. Wir haben das Glück, dass wir hier tatsächlich wirklich null aufs Tempo achten müssen. Das heisst, wenn es machbar ist vom Technischen her, dann können wir das auch so bauen. Also, dass wir eben das Gleis überhaupt ziehen können. Ja, das können wir. Wenn wir hier reingehen, dann schlängelt er sich hier so lang. Ja, jetzt steht er da aber schon wieder drin. Hm, Moment. Kappen wir nochmal. Das muss irgendwie zu lösen sein, dass wir da näher an die Strasse rankommen. Neue Sachen. Jetzt kann ich gerade nicht bauen. Okay, oh, die Zuckerwagen. Sehr schön. Ja, auf die freue ich mich. Historic SBB. Warum sage ich das Englisch? Keine Ahnung. Weil Historic natürlich ein englischer Begriff ist. Und die Cargolock. Sehr nett. Also, wir haben jetzt wirklich wieder Fahrzeuge ohne Ende am Start. Jetzt muss ich gucken, wie kommen wir hier irgendwie lang. Also, das würde klappen. Ich möchte einfach tatsächlich nicht hier in den Garten reingehen, wenn das nicht unbedingt sein muss. Deswegen baue ich das hier in kleinen Schritten. So, jetzt sind wir da weg. Das passt. Können wir so machen. Und hier rein geht dann nicht mehr. Das ist aber auch kein Drama. Zur Not kappen wir da die Strasse. Das ist egal. So, kommen wir hier noch irgendwie rüber? Nein, das möchte so nicht klappen. Gut, dann mache ich mal schnell Pause, damit unsere Kutschen und Co. da nicht durcheinander kommen. So, Gleis. Hier rüber und da rein. Dann zum Thema Strasse. Ähm, 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 ähm. Bist du das? Nein. Äh, Moment. Lass ich hier machen. Jawohl. Das würde stimmen. Dass wir hier irgendwie rüber kommen. Jetzt haben wir da das Problem mit der Strasse. Ja, so würde es gehen. Gefällt mir aber nicht. Nein. Müssen wir auch noch mal kurz kappen. Diesen Bereich oder diesen. Ja, wir kappen mal beides. So, bauen wir noch mal neu. Also, hier rüber. Ich wollte gerade sagen, Steigung zu gross. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen. Aber das funktioniert eigentlich ohne grössere Probleme. Hier eine Kurve und da rein. Und so wird ein Gebäude entfernt. Das werden wir verhindern. So, einmal Kurve hier rein. Dann kommen wir ein bisschen zu hoch rauf. Kappen wir das noch mal. Dafür haben wir unseren Bagger. So, jetzt die Kurve machen. Dann klappt das nämlich auch. Sehr schön. Dann haben wir hier sogar noch ein bisschen Geröll. Sozusagen. Und jetzt kommen wir hier auch nirgends mehr in den Garten rein. Kommen wir hier schön durch. Haben hier. Ja, ich würde hier. Eigentlich für die Spanisch Brötli Bahn würde das reichen. Auf der anderen Seite, das ist mitten in der Stadt drin. Da würde ich hier doch gerne irgendwie noch sowas haben. Perfekt. Passt. Da kommen wir lang. Da kommen wir rüber. Jetzt haben wir hier das gleiche noch mal. Da machen wir jetzt aber nicht überall den gleichen Schlagbaum. Sondern überall ein bisschen verschiedene. Hier könnten wir mal noch was moderneres nehmen. Den zum Beispiel. Ist ja dann doch ein grosses Städtchen. Und hier vorne müssen wir jetzt gucken, wie wir natürlich weitermachen. Aber bis hier hin. Ja, das würde soweit passen. Das kann man so lassen. Und ich muss doch sagen, es ist dann doch. Ich habe es ein bisschen unterschätzt. Wie lange man daran baut. Aber wenn man das vernünftig machen will. Ja, dann dauert es halt ein Momentchen. Gut, jetzt wären wir also hier. Jetzt wollen wir hier in diesen Bahnhof rein. Und wissen noch nicht wie. Vielleicht müssen wir da sogar noch ein Gleis. Oder ein Zug. Eine Linie verschieben. Nämlich die hier. Dass wir mit der da reingehen. Das könnten wir sogar. Das würde funktionieren. Dann könnten wir nämlich alleine. Oder für uns dieses Gleis nutzen. Das würde ich sogar klapp mal machen. Zack, diesen hier. Dann diese Linie. Ich hoffe, das klappt. Muss der vorne wieder raus? Nein. Das ist also egal, wo der reingeht. Der kann hier auch in ein anderes Terminal rein. Und zwar in die zwei. Ähm, hier in Wien. So. Und das klappt. Dann hätten wir das. Das können wir gleich mal alles abschliessen. So. Warum haben wir das nicht abgeschlossen? ZZZZ. Okay. Aber jetzt passt es glaube ich. Ähm. Hier nochmal zumachen. Nochmal Kontrolle. Doch. Die fahren da rein. Perfekt. Das heisst, jetzt haben wir dieses Gleis für uns. Wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben. Dann kommen wir hier eigentlich noch raus. Und sonst muss da halt auch das Gebäude je nachdem weichen. Ja. Das wird eher eng. Dann müssen wir das so machen. Dass wir hier raus gehen. Hier rüber. Und da irgendwie rein. Dann hätten wir das im Prinzip soweit schon gelöst. Dann wären wir in diesem rechten. Und von hier. Wollen wir dann hier rüber. Aber das können wir je nachdem vielleicht sogar mit einer Brücke noch lösen. Das müssen wir gucken. Ähm. 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 Wie machen wir das am besten? Also das Haus hier. Das muss sowieso weg. Wenn wir hier rüber gehen. Dann haben wir hier Steigung zu gross. Und sonst noch Probleme. Das funktioniert so irgendwie leider nicht. Das liegt an der Strasse. Da müssen wir die Strasse nochmal kappen. Und ich weiss nicht, ob wir die Strasse so nochmal hinkriegen. Aber wir könnten auch ein bisschen später raus noch. Wenn wir nochmal gucken. Die andere Linie. Wir könnten sogar nach hier oben. Wir könnten sogar bis hier hin. Ohne dass wir die andere Linie berühren. Das würde dann heissen. Wenn wir hier irgendwie rüber kämen. Weil das ist ja nur ein Depotgleis. Das würde eigentlich auch funktionieren. Wenn es denn funktionieren würde. Was es gerade nicht tut. Weil wir eine zu grosse Steigung haben. Hier haben wir zweigleisig. Von dieser Linie. Da möchte ich nicht lang. Ich möchte mit dem Gleis. Ja. Im Prinzip ins Depotgleis rein. Könnten wir natürlich auch. In dieses Depotgleis rein. Ähm. Mal gucken, ob das machbar ist. Am besten aber halt schon mit einer Weiche. Nicht mit einer Kreuzung. Das würde gehen. Aber das ist hier keine Weiche. So. Jetzt ist es eine Weiche. Wenn wir dich jetzt hier rüber ziehen. Ja. Vielleicht irgendwie hier hin. Ne. Das geht dann nicht. Aber hier hin geht es. Das ist perfekt. Dann kommen wir hier rein. Dann kommen wir in unser Gleis rein. Okay. Jetzt müssen wir das eigentlich nur noch zusammenhängen. Das habe ich befürchtet. Dass wir da dann ein Problemchen kriegen. Das werden wir aber definitiv auch lösen können. So. Und dann haben wir hier mitten durch die Stadt durch. Ähm. Die Spanisch Brötli Bahn. Das finde ich eigentlich eh schon relativ cool. Hier vielleicht noch ein paar Gebäude hin. Perfekt. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob das so stimmt. Wir gehen hier rüber. Wir kreuzen hier nur Depotgleise. Hier vorne. Kommen dann hier rein. Und sind dann hier in unserem Gleis. Das ist eigentlich perfekt. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Gut. Jetzt hier vorne raus. Wird jetzt auch nochmal interessant. Wenn wir das so machen. Und hier mal die Höhe verstellen. Dann würde das eigentlich gehen. Ausser, dass wir ein Brückenpfeiler Problem haben. Da können wir gucken, ob wir das nicht noch irgendwie in den Griff kriegen. Ähm. Wird mit einer anderen Brücke halt auch nicht gehen. Das haben wir schon mal ausprobiert. Die haben überall die gleichen Pfeiler. Vielleicht doch die Holzbrücke. Ne. Die hat auch diese Pfeiler. Die Steinbrücke ebenfalls. Da stehen wir halt auf der Strasse drauf. Das ist das Problem. Wenn wir hier eine Kurve machen. Da haben wir den. Äh. Das wird schwierig. Das geht so nicht. Wir müssten hier. Ja. Müssen wir sowieso. Wenn hier halt die Gleise sind vom Bahnhof. Dann haben die hier umsonst gebaut. Sorry. Also selbst diese Strasse hier. Die ist dann fällig. Die muss auch weg. Dann machen wir das gleich mal. Ist zwar irgendwie bitter. Wenn man sowas abreissen muss. Aber. Hi. Der halbe Stadtteil. Da blutet mir dann doch ein bisschen das Herz. Aber im Endeffekt. Liebe Leute. Das hier ist Bahnhofsgelände. Ihr müsst ja beim besten Willen nicht genau hier. Ähm. Eure Sachen hinstellen. Wegen den Strassen und Co. Gucken wir gleich noch. Jetzt machen wir hier erstmal die Brücke. Da können wir in dem Sinn hier nicht andocken. Ähm. Wir könnten das Ganze so mal machen. Dass wir hier vielleicht schon rüber gehen. Und hier diese Bereiche alle schon mal anbauen. Dass wir hier ein Gleisvorfeld haben. Hier mit aber schnellem Gleis. Äh. Mal gucken. Das müsste doch machbar sein. Wenn wir hier raus gehen. Hier hinten rein. Dann klappt das auch. Mit dir dasselbe. Allerdings. Von hier kommend. Ähm. Die Gleise. Beziehungsweise die Terminals. Die haben wir ja abgeschlossen. Das würde eigentlich heissen. Das müsste klappen. Dass die Linien weiterhin das machen. Was sie sollen. Halt. Da war gerade der Bereich. Wo es geht. Also sprich. Dass die hier nicht die Gleise wechseln. Sonst gibt es je nachdem Durcheinander. Zack. Gerne hier ran. Und dann hier rein. Und dann hier raus. Klappt eigentlich perfekt. So und jetzt können wir gucken. Was wir hier mit unserem Gleis machen. Mit dem wir eigentlich ursprünglich raus wollten. Dass wir irgendwie auch noch hier reingehen. Und dann können wir da vorne einfädeln. Das würde dann aber heissen. Wir sind dann auf der bestehenden Linie. Von bestehenden Zügen. Nein. Machen wir nicht. Ähm. Wir bremsen die. Das heisst. Wir machen das anders. Wir docken hier mal an. Und gehen dann aber sozusagen selbstständig rüber. Mit eben einem eigenen Gleis. Ja. Wenn es denn funktionieren würde. Ja. So geht es. Okay. Sollen wir das mal machen. Ich glaube der schiffbare Bereich. Wie der so schön heisst. Ähm. Ja. Der wird nicht tangiert. Das passt hier unten. Bestens. Wunderbar. Machen wir zu. Und kaufen das gleich mal. Und gehen hier rein. Jetzt habe ich glaube ich. Kann es sein. Dass ich überall mit Strom gebaut habe. Ja. Das können wir natürlich auch noch kappen. Ich hoffe das geht noch. Aber dann kappen wir das doch gleich jetzt schon mal. Dass wir hier eben keinen Strom mehr haben. Aber halt. Wir wollen jetzt nicht folgen. Sondern wir wollen hier runter. Wir wollen natürlich wieder Richtung. Ähm. See zurück. Nämlich so. Oh lala. Echt jetzt? Wenn ich hier einen Bahnübergang mache. Ha. Ach so. Das geht sowieso nicht. Moment. Die Straße. Oder die Brücke. Die müssen wir sowieso noch kappen. Guck mal. Ähm. Schiffbarer Bereich. Hier. Da kommen die Schiffe nicht durch. Also diese Autobrücke. Die ist sowieso fällig. Dann können wir hier auch das Gleis schon mal rüberlegen. Und die Brücke. Die ist dann fällig. Sobald wir. Ähm. Ja. Mit dem Schiffsverkehr beginnen. Das wird auch nicht mehr ewig dauern. Dann müssen wir die natürlich entsprechend anpassen. So. Ich mag das eigentlich ganz gern. Wenn das hier ein bisschen kurvig ist. Das Ganze. Ja. Das wird eher schwierig. Und da vorne müssen wir dann bereits schon wieder gucken. Wie wir reinkommen. So. Hier lang. Hier lang. Warum nicht mal einen Kurzbesuch noch bei der Strasse. Dass wir die Strasse hier noch ein Stück begleiten. Und dann hier vorne wieder zurück Richtung Seedüsen. Ähm. Sind wir schon wo wir hinwollten? Ne. Das ist erst Birkenhügel. Da machen wir keinen Zwischenstopp. Sondern das geht hier weiter. So. Hier dran vorbei. Hier dran vorbei. Hier unten eine schöne Kurve machen. So. Und wie gesagt. Das gibt natürlich dann tonnweise Spanisch Brötli Bahnen. Weil. Ja. Wir haben relativ viel an Strecke. Die wir hier zur Verfügung stellen können. Dann können wir hier auch ordentlich Züge draufsetzen. Und das hat dann eben wieder den Effekt. Dass man natürlich auch immer mal wieder. Ähm. So eine schöne Dampflok sehen. Also den Zug vor allem. Nicht nur die Dampflok. Äh. Nein. Gefällt mir nicht. Moment. Wenn wir hier wieder ein bisschen eine Kurve machen. Richtung Landes. Nein. Nicht Richtung Landesinneres. Sondern Richtung See. Ja. Wird hier halt kurvig. Aber egal. 67 eben. Das ist richtig schön. Ich geniesse das mal. Dass wir mal eine Strecke haben. Wo das Tempo tatsächlich komplett uninteressant ist. Jetzt müssen wir hier unten durch. Und dann haben wir da vorne wieder den Bahnhof. Okay. Das können wir jetzt eigentlich so machen wahrscheinlich. Dass wir hier irgendwie lang kommen. Wenn wir da nicht an den Pfeiler rankommen. Dann funktioniert das auch. So. So. Bestens. Gleich wieder zurück. Richtung Wasser. Gleich wieder eine Kurve zurück. Und dann gibt es wieder eine Kurve. So. Und dann müssen wir mal gucken. Was wir da vorne machen. Wir haben da ja Depo Gleise. Ich denke die könnten wir nutzen. Wenn wir hier in den Bahnhof rein wollen. Jetzt muss ich mal schauen. Wenn wir diese Depo Gleise nutzen. Kommen wir hier. In die falschen Gleise rein. Denn wir müssen in das hier rein. Da kommen wir raus. Mit der Linie. Das heisst wir müssen hier wieder rein. Dann müssen wir mal gucken. Ob wir hier irgendwie rauskommen. Oh lala. Moment. Oder so rein. Nein. Geht nicht. Okay. Geht das weiter oben. Dass wir das so machen. Ja. So geht es. Okay. Wunderbar. Bauen wir mal. Das würde heissen. Man kommt von hier. Das funktioniert. Okay. Wenn wir jetzt hier meinetwegen ganz rüber gehen. Und uns wieder ein eigenes Gleis gönnen. Das müssten wir nicht mal. Weil das ist. Wie gesagt. Das ist Depo Bereich. Hier fahren eigentlich keine Züge. Normalerweise. Zumindest im Moment noch nicht. Das Problem ist. Vielleicht fahren eher mal Züge. Wenn wir von da her kommen. Mit wirklich schnellen Zügen. Kann es sein. Dass wir hier noch rein wollen. Ja. Aber das. Ja. Wissen wir noch nicht. Von daher bauen wir das mal so. Dass wir hier ins Gleis rein düsen. Oder mal so machen. Und dann. Da ins Gleis reingehen. Dann haben wir noch ein bisschen schön. Dass er auf den Weichen rum düst. Ja. Bis jetzt haben wir immer noch eigenes Gleis. Okay. Wenn wir jetzt hier rüber gehen. Wäre das das richtige Gleis? Nein. Wir müssen hier rein. Dann kann er da raus düsen. Okay. Dann hätten wir es eigentlich soweit. Sehe ich das richtig? Nein. Haben wir noch nicht. Wir müssen mit dem Gleis hier vielleicht dann doch auch noch da reinkommen. So. Das wäre dann so. Wird eigentlich auch funktionieren. Ähm. Moment. Falsche Taste. Wir brauchen hier tatsächlich auch nochmal einen Bahnübergang. Ähm. Wie siehst du so aus? Ja. Cool. Wobei. Das Ding sieht auch cool aus. Wir nehmen mal den. Also. Das hätten wir soweit. Jetzt könnten wir eigentlich mal gucken. Ob die Linie. Tatsächlich schon funktioniert. In schönem Gelb. Also das ist dann von hier nach hier hinten. Zumindest im Moment. Mal gucken. Wir könnten natürlich hier vorne. Da wo wir die Brücke haben. Hier unten. Dass wir hier vielleicht auch noch einen kurzen Stop einlegen. Wir werden mal schauen. Das mache ich davon abhängig. Was wir da dann schlussendlich hinstellen werden. Also hier rein. Und dann sehen wir hier. Nicht viel. Okay. Das scheint so. Aha. Das funktioniert. Aber aussen rum funktioniert es offensichtlich noch nicht. Oder. Ne. Das muss ich mit Wegpunkten machen. Er nimmt einfach die kürzeste Strecke. Das sieht man. Dann fährt er hier. Äh. Zurück. Auch. Also nicht nur. Äh. Ja. Er fährt halt hin und zurück auf dem gleichen Gleis. Gut. Dann machen wir das mit Wegpunkten. Ähm. Ne. Wegpunkte hatten wir hier. Machen wir den hier hin. Und dann müsste das eigentlich eh schon reichen. Das wäre dann von München nach Wien. Bitte hier lang. So. Dann macht er das. Okay. Darüber. Jetzt fehlen noch Signale. Die brauchen wir natürlich auch, wenn das ein Rundkurs ist. Weil sonst sind die Schienen immer blockiert. Für die Züge, die nachfolgen. Das müsste aber im Groben eigentlich stimmen. Ja. Dann machen wir das doch mal. Schreiben wir es gleich mal an. Das ist dann unsere Spanisch Brötli Bahn. Wie schreibt man das? Spanisch oder? Schreibt man das so? Ich glaube so. Brötli Bahn. Am See. Machen wir doch mal so. Spanisch Brötli Bahn am See. Falls sich jemand fragt, was ein Brötli ist. Das ist ein Brot. Das ist definitiv Schweizerdeutsch. So. Wir lassen mal laufen. Wir haben da eine Pause gemacht. Damit bei der Strassen wieder Instandstellung im Prinzip nichts passiert. Gut. Ein Depot. Ja. Da können wir sowieso das hier hinten nutzen. Wird dann für ein Momentchen dauern. Aber. Jetzt habe ich gesagt. Wir brauchen noch Signale. Das heisst. Wir machen noch Signale. Und dann machen wir die alten. Und dann möchte ich eigentlich den Strom ja auch noch wegnehmen. Okay. Ähm. Mal gucken, wo wir Signale machen. Wir machen hier mal eins. Eben. Wir müssen keine Blöcke nichts machen. Sondern einfach mit ordentlich Abstand ein paar Signale. So. Damit wir hier wirklich auch genug Züge laufen lassen können. Und die sind natürlich nicht allzu lang. Deswegen können wir hier problemlos relativ viele Signale setzen. Machen wir mal hier noch eins vor der Strasse. Jawohl. Das wäre dann hier. Hier noch eins. Hier oben gerne auch noch mal eins vor der Strasse. Vor der Einfahrt Wien sozusagen. Hier noch mal eins. Und dann ist das okay. Dann geht es hier hinten raus. Machen wir hier auf der Brücke das erste. Dann geht das hier rüber. Wunderbar. Können wir gleich wieder vor der Strasse machen. Halt. Da brauchen wir auch noch mal eins. Dann brauchen wir hier noch eins. Jetzt habe ich zwar nicht mitgezählt. Aber ich denke, da können wir tatsächlich ein paar Spanisch Brötli bahnen. fahren lassen. So. Hier noch eins. Und hier vorne gleich noch mal eins. Ja, ja. Das sind jetzt doch ein paar Signale. Von daher. Ja. Machen wir hier noch mal vor der Strasse. Und dann kommen wir da ins Depot-Gleis rein. Fahren hier rauf. Hier außen rum. Und da können wir eigentlich... Ja, nee. Da können wir eigentlich nicht mehr viel machen. Äh. Hier außen rum. Hier kreuzen wir. Wobei, doch. Wir machen ja eins. Dass wir hier keine Vorfahrt haben. So. Das ist unser Gleis. Das geht dann da rein. Okay. Das müsste passen. Ähm. Wenn wir hier gucken. Hier rausgehen. Dann haben wir da Signal. Ja, ja. Okay. Das müsste eigentlich soweit funktionieren. Ich würde mal sagen. Ich mache mal Speicherung. Weil... Ich weiss nicht, ob das alles funktioniert. Und jetzt wegen dem Wagen. Ich muss gestehen. Ich weiss jetzt natürlich nicht. Ähm. Moment. Welches Gleis? Ist eigentlich Schnuppe. Ich weiss jetzt nicht, welche Wagen wir dafür brauchen würden. Das ist das schöne Teil. 40 kmh. Hier. Diese Bahn erhielt den bis heute legendären Namen. Weil die feinen Zürcher Herrschaften ihre Booten mit der Bahn nach Baden schickten. Um die beliebten Spanisch Brötli zu kaufen. Ha. Gut. Ja. Gekauft. Einmal. Funktioniert sogar. Sehr schön. Jetzt die Wagen. Ich würde jetzt nicht unbedingt hier die Ältesten nehmen, die ich finde. Einfach aus der Überlegung heraus. Wir sind im Spiel ja doch auch im Jahr 19, äh, ja ne, 2002 mittlerweile sogar schon. Und wenn das so eine Ausflugsbahn ist, dann möchten die Leute ja doch nicht irgendwie, keine Ahnung, auf Holzbänken sitzen. Sondern sind wahrscheinlich doch ganz froh, wenn sie wenigstens ein bisschen Komfort haben. Ich würde jetzt aber auch nicht übertreiben und die CE-Wagen daran hängen. Sondern ich muss mal gucken. Irgendwas, was wir hier haben. Sowas Älteres. Irgendwas. Die Donnerbüchse. Die passt wahrscheinlich nicht. Ähm. Personenwagen bayerisch. Oh, guck mal. Das sind die Originalwagen. Okay. Diese Bahn erhielt den bis... Wisst ihr was? Ich komme ab von meiner Idee. Wir machen diese Wagen. Weil das sind die Originalwagen. Dann haben wir das doch im Original. Wer hier mitfahren will, der muss halt mal auf Komfort verzichten. Dafür fährt er mit der Spanisch-Brötli-Bahn mit. So. Ich hoffe, die haben eine Textur. Ihr kennt das Problem. Wenn man 48 Meter, das reicht Dicke. Und jetzt machen wir davon aber doch ein paar Kopien. Und das wird ein Weilchen dauern, bis die dann alle unterwegs sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Stück. Das müsste reichen. So. Können wir dich zuteilen. Spanisch-Brötli-Bahn am See. Jetzt habe ich aber noch was vergessen. Er wartet eher freie Wege. Ne. Da kommt er raus. Wir gucken uns den mal noch schnell an. Was wir jetzt aber noch machen, ist, dass wir den Strom wegnehmen. Ich mache mal Pause, damit sie hier nicht davon düsen. Weil mitfahren werden wir in dieser Folge sowieso nicht mehr können. Das machen wir dann in der nächsten. Deswegen nehmen wir hier Kollege Strom weg. Aber nur da, wo wir auch wirklich können. Hier am Bahnhof lassen wir es. Hier weg. Hier vorne weg. Und jetzt ein bisschen rauszoomen. Das richtige Gleis erwischen. Da haben wir eine Kollision. Okay. Dann kommt der hier nochmal weg. Da, wo wir ihn nicht wegnehmen können. Das ist eigentlich egal. Weil das fällt dann so auch nicht auf. Aber im grossen und ganzen die ganze Strecke. Das fällt dann eben schon auf. Wenn hier überall Strommasten sind. Das ist schon wesentlich besser, wenn wir die wegnehmen können. Da, guck mal. Der Fahrradweg hat auch Strom. Im Ernst jetzt? Tatsächlich. Kann ich den wegnehmen? Jawohl. Das ist ja cool. Ich habe den Fahrradweg tatsächlich mit Strommasten gebaut. Okay. Gut. Zum Glück habe ich das noch gesehen. Das wäre dann schon auch eher nicht so toll. So, auch noch wegnehmen. Auch noch wegnehmen. Hier noch wegnehmen. Und das noch wegnehmen. Dann haben wir den auch ohne Strom. So wie sich das gehört. Das kommt noch weg. Das kommt noch weg. Jetzt muss ich wieder ein bisschen aufpassen. Das ist hier wieder Depotbereich. Da müssen wir den Strom lassen. Sonst, wenn hier irgendwann mal nochmal ein Zug durch will. Werden wir sonst ein Problem haben. Wie sieht es hier vorne aus? Da haben wir auch noch einen Bereich. Ich dachte hier hätte ich... Achso, ne jetzt mach... Moment, mach ich jetzt den Strom wieder? Ah, Herr Heisenberg. Ist schon spät abends. Bitte das zu entschuldigen. So, hier wieder zurück. Vor lauter Grün und Rot. Also kein Strom. Perfekt. Hier im Bahnhofsbereich lassen wir es mal. Es ist mir zu heiss. Hier den Strom wegzunehmen. Und es sieht auch besser aus, denke ich. Wenn wir jetzt hier hinten gucken. Genau hier haben wir nämlich den Strom abgestellt. Geht es dann hier rein. Das ist wieder Depotgleis. Das braucht wieder Strom. Das passt soweit. Gut. Hätten wir das auch gemacht. Dann können wir gucken, ob er fahren kann. Er kann. Und macht das natürlich ganz gemächlich. So, aber sehr schön. Wie da der Fahrer hinten drauf steht. Hier der Tender noch. Man sieht zwar kaum was. Guck mal, wo das Heisenberg-Logo ist. Das ist ja süß. Völlig cool. Haben wir hier irgendwie. Oh, die werden jetzt hier aber warten müssen. Heiliges bisschen. Ich wollte gerade sagen, haben wir hier irgendwie Signale? Nicht wirklich. Oh, aber das ist ja nett. Und ja. Ich glaube, der fährt tatsächlich nicht schneller. Auch nicht jetzt, wo er aus dem Depot raus ist. Vielleicht ein bisschen noch. Wir können ja mal gucken. Ähm, 23 km. Aber doch das Doppelte müsst ihr eigentlich hinkriegen. Sehr schön. Wie sieht es denn aus, wenn man hier einsteigt? Ja, das Ganze halt einfach in dem Tempo. Aber ich würde vorschlagen, wir machen das folgendermassen in der nächsten Folge, wenn wir mitfahren. Wir werden ein Stückchen im Original-Tempo machen. Und den Rest, den werden wir halt beschleunigt. Hier unten beschleunigt betrachten. Dann fühlt es sich ein bisschen an wie in einem Schnellzug drin. Aber die Strecke sehen wir ja trotzdem noch. Weil sonst dauert das wahrscheinlich eine ganze Folge hier einmal um den See rum. Und das ist dann immer das gleiche Tempo. Das kann es dann auch nicht sein. Cool. Aber mich freut es, dass wir diese Bahn haben. War eine Idee aus der Community. Besten Dank dafür. Und dann sage ich für heute Tschüss. Dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Dann steigen wir ja hier ein in diese legendäre Eisenbahn. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.